Das ist gut, wir kommen alle aus Leibniz. Nein, wir mögen uns, aber ich habe echt ein Problem mit den beiden Mädels. Beide trinken keinen Alkohol. Und deswegen wird das nie eine feste Freundschaft. Was lesen wir da? Ja, das heißt Todor A.H. Das heißt, ich liebe Adriano Hess. Also A.H. Michaela kam das immer schon als Adriano Hess an? Oder was sagst du Freunde dazu? Dazu sage ich jetzt gar nicht. Zu was? Nein, zu A.H. sage ich jetzt gar nicht. Das ist Adriano Hess. Das ist mein Traummann. Ich will es ihm beweisen. Und jetzt habe ich es machen lassen. Und alle haben mich für verrückt erklärt. Wusstest du das, ja? Nein, wusste ich das nicht. Also wir waren davor essen. Also wir waren so ein Date Night. Wir machen jeden Monat ein Date Night, damit wir unsere Beziehung frisch halten. Und danach waren wir in der Bar. Und da hatte ich ein bisschen eins oder dem anderen in das Glas geschaut. Ja, als wir zu Hause krachen kamen, meinten sie, ja, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich dachte, okay, was für eine Überraschung? Ich dachte, ich will nur schlafen, ich bin müde. Und dann kam das Tattoo. Und in dem Moment wurde es nüchtern. Er sagte, nein, ist das ein Hannah-Tattoo? Ist das meine Deutsche? Und das habe ich am nächsten Morgen erst realisiert. Weil das war vermisst. Also nicht Schock, sondern eine bloße Ehre. Weil bis jetzt hat keine Frau tätowieren lassen. Also kannst du noch mal zeigen, Michael Aida. Zeig noch mal den Tattoo.